Wir haben hier ein Glas noch stehen. Oh, hier. Wir haben Brand. Das ist eben draußen schon gesehen. Das ist der Verkaufsstag. Hey, hey, hey. Ihr wart auch mal witziger. Da machen wir uns ja tagelang auch darum Gedanken, wie wir das moderieren können und dann bekommen wir solche Fragen noch eine Minute bevor es losgeht. Dann habt ihr euch ausgedacht, dass ihr euch unter der Decke versteckt. Damit mal ein bisschen Pepp reinkommt. Gute Frisur hast du. Ja, danke. Merkst du was? Es ist nicht so einfach, so ein Ding da runter zu moderieren. Keine Pflaume, Alter. Elton. Wer von euch beiden wäre der bessere James Bond Bösewicht? Bösewicht. Bösewicht. Elegant, aber toll. Herr Schwetzer. Ja, ich muss überlegen. Also, wenn ich auf der Straße bin, würde ich jetzt nicht denken, du bist böse. Also hätte ich jetzt nicht so Angst vor dir. Eigentlich ein eiskalter Killer. Oh, hey. Hey. Bro. Bro. Bro, du bist so ein schöner Mann. Du würdest nicht so verrückt machen. Nur bei Fortnite. Musst du halt drüber nehmen. Und jetzt bitte. Oh, wieder richtig. Mensch, ihr seid immer richtig stark, ey. Ich würde, Bro. Du würdest? Ja, ja. Du hast zwei schöne Charaktere. Ja, ja, ja. Ich bin nicht trainiert, nur die X-Facts. Okay. Okay. You've never been bad at training. No, that's true. Okay. Du bist die ganze Zeit sauer. Ja, genau. Nur deswegen habe ich so auch genommen. Diese Frage ist easy. Ja? Ja. Ich hoffe so. Ja, natürlich. Prost. Wer wird nächste Saison mehr Strafen zahlen? Also ich höre jetzt zum ersten Mal vom Strafenkatalog überhaupt. Ja. Den haben wir immer noch. Ja, Bro. Aber ich weiß, dass du nicht. Das ist geil, Bro. Ich dachte, das ist mir fehlt. Wer ist damit ein? Letztes Jahr war Hitz. Marvin? Hitz, Hitz. Ich bin ja der Kassenwart, Julian, gell? Nur, dass du Bescheid weißt. Das ist natürlich auch richtig. Be ehrlich. Be ehrlich. Be ehrlich. Richtig. 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 Das ist nur eine Frage der Zeit. Das ist Paul aus dem Team. Jetzt weiß ich, was das Team an mich denkt. Nein, es ist nur zwischen dir und mir. Warum? Warum? Ich will es nicht aussprechen, aber wenn Gelb und Rote Karten sind. Ich weiß, dass du mich verändert hast. They created this question, because, you know. Ja, I know, I know. Wer käme bei der Tour de Frost besser über die Berge? Über die Berge, ja. Verwalt. Bravo, bravo, bravo. Be falsch. Zranlich, die Meine. Alter, ich wieg 100 Kilo. Wie soll ich denn diesen komischen Tourmalet hochfahren? Richtig? Schmeichern kann nicht Fahrradfahren! Alter, ich mag manchmal fahren. Ich glaube, er ist besser. Einfach. Du bist immer mit dem Fahrradfahren gefahren. Ja, immer zur Schule auch. Ich durfte es nicht. Nee, fang ich auch witzig. Ich hab wenigstens ganz zu Hause. Wer wäre ein besserer Ersatz für uns als Moderator? Sollen die die zwei Namen sagen oder was? Nein, also wer von den beiden? Ach so, okay. Dummkopf. Im Grunde genommen eigentlich jeder eins. Raus hier! Da könnten wir uns beide auch wählen. Als Duo zusammen. Ja. Das ist richtig. 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 Wir sammeln hier Punkte, wir haben Fließkampf. Er spricht Deutsch. Das ist eine deutsche Show. Ciao. Ciao. Vielen Dank euch beiden. War toll. Danke auch. Hat Spaß gemacht. Wie geht's euch mit dir warum? Was bedeutet das, das ? Das ist eigentlich das, das hast du TakingHub Parks. Wie sieht auch aus, Bismarck übererca? Es gehtuent.